Also la ilaha illallah ist das schwerste in der Waagschal, die wahrhaftigste Lehre und die schönsten Worte, die beste Überlieferung, die glorreichste gute Tat, wenn du dienst, wenn der Diener Allahs diese Worte ausspricht auf Erden, er sagt la ilaha illallah, Allah sagt subhanahu wa ta'ala, man Diener hat die Wahrheit gesprochen, es gibt keinen Gott außer mir. La ilaha illallah ist das Versprechen, welches Allah von seinen Geschöpfen erhalten hat. Alles wie vorher, bevor wir erschaffen wurden, wir waren in Form von Atom, Zerrah, Allah steht, das steht im Koran, wir waren anwesend und die Malaika waren anwesend. Allah sagt, alas tu bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Alle sagten, die Menschen haben gesagt, Bala, du bist unser Herr, ja Rabbi, du bist unser Herr, und die Malaika sagten, und wir haben bezeugt, ja Allah. Wir haben alle zugegeben, die Kuffar haben alle zugegeben, diese Dimension, dass Allah der Einzige ist, dass Allah der Einer ist, Jalla fi'ulah. Alle haben zugegeben, aber heute leugnen sie die Wahrheit, und Allah wird sie ja in den Yawm al-Qiyama, an dieser Tag, an diesem Tag, an dem sie zugegeben haben. Aber die Leute leugnen Allah, a'udhu billah, das Schaffa Jalla fi'ulah. Es ist das Wort, womit er seinen Propheten zu den Menschen gesandt hat, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ist die Aussprache der Bücher, Allah, weil der Koran und alle Bücher, der Sinn von diesen allen Büchern, die Allah subhanahu wa ta'ala bat, er ruft alle Menschheit zu Tauhid, zu der Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass sie glauben an einen einzigen Gott, und das ist Allah. Mehr will Allah von dieser Menschheit nicht. Abdi, glaube an mir, mehr nicht. Und dafür bin ich dankbar, Abdi, ich werde dich für die Ewigkeit ins Paradies bringen, deine erste Zuhause, deine erste Heimat, wo du warst, wo dein Vater Adam a.s. war. Wir sind Fremde in dieser Dunia, wir werden gehen, wir werden sterben. Und wir wollen alles zurück in unsere Heimat. Einer sagt, ich bin zurück nach Tunesien, einer nach Marokko, ich vermisse unsere Heimat und keine Ahnung, was ist. Aber subhanahu wa ta'ala, unsere wahre Heimat ist Jannah. Und Adam, als er rausgeworfen wurde, hat erkannt, was von Verlust er erlitten hat. Und hat geweint, viel geweint, bis Allah subhanahu wa ta'ala seine Reihe akzeptiert. Er sagt, ja Adam, du darfst so lange bleiben in dieser Dunia. Und ich werde euch prüfen, ihr Adam, und dann, wenn ihr standhaft seid und gute Menschen seid und folgt meiner Befehle, ich werde dich ins Paradies wieder zurückbringen. Adam hat sich daran gehalten. Und so müssen wir auch an diese Gebote halten und uns von dem fernhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das Beste, was wir tun können in diesem Leben, dass wir glauben, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Fest daran glauben, es gibt keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ihn dienen, ihn fürchten, ihn lieben, bis wir ihn treffen, subhanahu wa ta'ala. Wegen la ilaha illallah finden die Märkte des Paradieses und Halles statt. Wegen la ilaha illallah wurde die Brücke gestreckt, dieses Sirat. Wegen la ilaha illallah werden die Brücken, werden die Bücher fliegen, manche werden die Bücher mit der Rechte bekommen, manche mit der Linke, a'udhu billah. Die mit der Linke bekommen, werden ins Hölle und Freude gehen. Und die mit dem Rechten bekommen, sie werden ins Paradies gehen und die sind die Erfolgreichen, beidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wegen la ilaha illallah wurden die Wagen aufgestellt, die Waagschalen aufgestellt. Wegen la ilaha illallah flogen die Köpfe der Helden dieser Ummah, Sahaba radiyallahu anhum. Wegen la ilaha illallah genossen sie den Tod. Wegen la ilaha illallah starben die Seelen der Märtyrern. Fissabilillahi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah überwiegt die Himmel und Erden. Musa a'layhi salam. Sag, ja Rabb, lehre mir ein Bittgebet extra für mich. Allah sagt, ja Musa, sprich, es gibt kein Gott aus Allah. Sag, la ilaha illallah, ja Musa. Musa sagt, ja Rabbi, viele sagen, la ilaha illallah. Alle sagen das. Ich möchte etwas für mich allein, ja Rabbi, privat, damit ich dich damit Lob preisen kann. Allah sagt, ja Musa, sprich, la ilaha illallah. Musa wiederholt das dreimal, bis Allah sagt, ja Musa, wenn die sieben Himmel und sieben Erden und alles, was in dem Himmel sich befindet und alles, was in der Erde ist oder auf dieser Erde ist, auf einer Waqshale wären. Und la ilaha illallah, la ilaha illallah, auf einer Waqshale wäre, la ilaha illallah, wird sie überwiegen, wird mehr wiegen als diese Himmel und Erden. Warum? Weil alles wurde wegen la ilaha illallah erschaffen. Das ist der einzige Grund, warum die Menschheit existiert. Wegen la ilaha illallah wurden die Seelen der Märtyrer als Brautgabe gegeben. Wegen la ilaha illallah, wenn la ilaha illallah in einer Eisenkette wäre, oder jemand in dieser eigenen Eisenkette gefangen gehalten wird, und er spricht dieses Wortes tief da drin, la ilaha illallah, wird diese Kette zerreißen. La ilaha illallah, wird sie komplett vernichten. So stark ist la ilaha illallah. So eine andere Überlieferung, wenn die sieben Himmel und Erden aus Eisen wären, aus Eisen wären, dann wird la ilaha illallah, steigt hoch, la ilaha illallah, wird sie durch zwei zerreißen. La ilaha illallah, wird sie durch zwei zerreißen, wenn la ilaha illallah in einen glatten Stein eindringt, wird dieser gesprengt. Wenn la ilaha illallah auf einen Berg gesandt wird, wird dieser Berg zerrissen. La ilaha illallah ist das Beste, was die Lebendigen sagen. Und das Beste, was die Toten mit sich genommen haben. Denn wir wissen ganz genau, wenn wir geboren sind, was macht man in unseren Ohren? Man macht Adhan, man ruft zum Gebet. Das Erste, was du hörst, den Namen Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und in diesem Adhan hörst du la ilaha illallah. Es gibt keinen Gott aus Allah. Und am Ende, wenn du stirbst, das Letzte, was du sagst, ist la ilaha illallah, wenn du mu'min bist. Und achtet auf diese Frau Botschaft von Rasulallah, sallallahu alaihi, man kana akhiru kalamihi minad dunya, la ilaha illallah, daqhal aljannah. Derjenige, der das Leben verlässt, und das letzte Wort, was er gesagt hat, in diesem Leben, es gibt keinen Gott außer Allah, la ilaha illallah, er tritt ins Paradies ein. Also das Beste, was du mit dir nimmst von dieser Dünya, nicht Geld, wenn das wirst du nicht mitnehmen. Nicht deine Frau, dann deine Frau nimmst du auch nicht mit. Nicht deine Kinder, die nimmst du auch nicht mit. Nicht nimmst du mit von dieser Dünya. Aber das Einzige, was dir nutzt, was dir, also wie sagt man das, dir ein Gewinn bringt ja auch mal Qiyamah, ist, dass du beim Sterben sagst, la ilaha illallah, aber dafür muss man was tun. Denn unsere Herzen werden sprechen, bei Ibn Allah, subhanahu wa ta'ala, wenn wir am Sterben liegen. Deswegen das Beste, was die Toten mit sich genommen haben, ist, la ilaha illallah, wer diese Worte wahrhaft gespricht, wird gerettet, wird Erfolg haben und Glückseligkeit haben für die Ewigkeit. Faraon, adu Allah, hat diese Worte nicht verstanden. Er leugnete, dass es keinen Gott, der aus Allah gibt. Aus diesem Grund wurde seine Nase in den Meereslehm gesteckt. Allah hat ihn erniedrigt, subhanahu wa ta'ala. Qarun, der Kuzan von Musa, leugnete auch die Wahrheit und leugnete, dass alles, was er hat von Allah, subhanahu wa ta'ala, deshalb ließ Allah die Erde ihm verschlingen. La ilaha illallah ist der Anfang und das Ende. Ist der Anfang und das Ende. La ilaha illallah ist der Kopf aller Dinge. Ist die Geschichte des Lebens. La ilaha illallah besitzt im gläubigen Herzen Würde. Besitzt im gläubigen Seelen Ehre. Durch La ilaha illallah öffnen sich die Toren zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah werden die Sünden vergeben. La ilaha illallah erreicht die Herzen. La ilaha illallah ist die Fürsprache für den Gläubigen. Wir haben vorhin gesehen, wegen La ilaha illallah alle Sünden sind vergeben. Und wenn der Diener Allah auf Erden sagt, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, diese La ilaha illallah steigt hoch zu Allah, subhanahu wa ta'ala, drängt durch sieben Himmeln, bis sie Allah erreicht, sallallahu wa ta'ala, und sie sagt, Ja Rabb, sie ist unruhig, sie verteidigt dich bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja Allah, vergib diesen Diener, der diesen Wort ausgesprochen hat. Vergib ihm, ja Rabbi, seine Sünden. Allah sagt zu ihr, Ruhe, sei ruhig, denn ich habe dich aus seinem Mund rausgelassen, nur weil ich ihn schon vergeben habe. Nur weil ich ihm schon seine Sünden vergeben habe. Denn La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala, spricht für uns, biiznallahi jalla fi'ula, bei Allah jalla fi'ula, jalla fi'ula, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah verteidigt, der sie ausspricht, das haben wir gerade gesagt. La ilaha illallah ist der feste zu verlässiger Halt. La ilaha illallah ist die hohe Stufe. Und das edelste Wort ist, La ilaha illallah ist die heilende und die genügende. Alles fängt mit La ilaha illallah an und endet damit. Wegen La ilaha illallah wurde Yahya a.s. ermordet. Wegen La ilaha illallah wurde Zakaria a.s. getötet. Wegen La ilaha illallah wurde das Feuer für Ibrahim a.s. gezündet. Nur weil er bezeugte, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah wurde Musa bekämpft. Musaylam al-Kathab. Das ist dieser Mann, der hat gesagt, ich bin auch ein Prophet. Musaylam al-Kathab. Dieser Lügner, er leugnet dieses Wort, deswegen wurde er der Lügner genannt. La ilaha illallah ist das dementierende und das bestätigende Wort. La ilaha illallah dementiert und verneint jedes Gleichnis, jede Art von Teilhaberschaft, Götzen oder gleichgestellte Sa'udu Billah, bestätigt die göttliche Macht, die Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala, des Schöpfers, die Wahrheit, der Ewiglebende, der in sich Selbstseinde und bestätigt die Anbetung, die Anbetungswürdigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, seine Erhabenheit, seine Einzigartigkeit subhanahu wa ta'ala und seine Vollkommenheit, seine Schönheit und seine Majestätigkeit. La ilaha illallah beseitigt unsere Kummer und Sorgen und stellt Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden und macht den Teufel unzufrieden biiznallahi subhanahu wa ta'ala. Das wollte ich nur kurz erwähnen, damit wir wissen, was ein Geschenk Allah uns gegeben hat subhanahu wa ta'ala. Wir haben nie eine Bewerbung geschrieben, wir haben nie Allah darum gebeten, dass er uns Muslimin macht, dass er uns dieses Wort schenkt, denn Allah schenkt dieses Wort nur die, die er liebt und besonders Allah liebt diejenigen, wir werden sie erkennen, die Menschen, die Allah besonders liebt, sind die, die beim Sterben liegen und Allah ermöglicht denen, la ilaha illallah zu sagen. Das sind die Erfolgreichsten, das sind die, die am meisten geliebt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah liebt dich, er schenkt dir la ilaha illallah. Aber Allah sieht, er hat einen wertvollen Geschenk gegeben, das Wertvollste in dieser Welt. Aber du, du gehst damit komisch um, Allah nimmt es von dir weg. Allah nimmt es dir weg und kann sein, du kriegst es nicht mehr zurück und du sterbst alles Kâfir und dann wirst du erkennen, den wahren Verlust, die wahre Verlust.